Die Tragikomödie Coda ist bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles als bester Film ausgezeichnet worden. Darin geht es um ein Mädchen mit Leidenschaft zum Singen, das in einer gehörlosen Familie aufwächst. Jessica Chastain erhielt den Preis für die beste Hauptdarstellerin, Will Smith für den besten Hauptdarsteller. Die Oscars für die beste Filmmusik und die besten visuellen Effekte gingen an die Deutschen Hans Zimmer und Gerd Nefzer für Tune.